Musik Also ja, dafür doch mal nichts machen und dann später können wir noch abdolchen und dafür hauen oder so. Abdolchen ist manchmal so scheiße schwer, darauf habe ich, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock. Hören wir ihm mal zu. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen, aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen, aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass sie mir diese Frage stellt. Nun gut, wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Ich glaube fast. Ich weiß schon wieder, welches Attentag das ist. Alter, was wollten ihr jetzt? Was hab ich gemacht? Hallo? Fuck, Alter. Hallo? Alter, habt ihr... Seid ihr behindert? Jetzt mal ernsthaft. Darf man nicht mehr draufstehen, oder was? Alter. Alter, krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Kimme, wo wir in mir ausgarten. Oh mein Gott, das ist ein Templer. Gut, wir könnten uns jetzt in heftigen Fight mit dem lief an, aber... Darauf habe ich gerade nicht so wirklich Bock. Denn ich hab dort andere Sorgen. Juhu, ne Band. Alter, nee. Nee, ernsthaft, weck mich. Ich sag, wenn man sich sicher fühlt, dann kommt diese Scheiß-Idioten wieder. Alter. Das ist mal so ein Abfuck. Wenn man nicht auf dem Sack geht. Naja. 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 Wie viele sind das denn hier? Meine Fresse. Ich doch gar nicht. Lauf schneller, Alter, ihr. Lauf um dein Leben. Lauf um alles, was dir lieb ist. Okay, Überdachung. Fuck. Geh weg. er hat er hat mich schon er hat vor allem ist vor allem für mich das ist das freunde aufwärtig dass das wieder komische Idioten die nicht immer mehr werden wollen jetzt habe ich es euch eiskalt gegeben ich habe euch vollfett beleidigt seit Jahr auch beleidigt und sie ist nicht mehr arbeiten es ist nicht wenn der Verfassung nicht zu verfolgen oder doch als an die Hartnäckig ist die Sonntagung und nicht einfach mal kommt nur kommt nur die am Arsch neben Ernsthaft die unglaublich diese dummen Wachen haben nicht zu erschweren aber die Zio wurde ich mit dann macht man aber auch die Leitungen haben wenn du uns hier durch Strafbeutung das kann man 3 und ich hab dir nur mal meine aktobatischen Meisterleistungen gezeigt Verprügenung hat mir jetzt aber auch schon so oft ja gut wir machen einfach mal das was am nächsten ist da würde ich glaube ich doch das bestehende vorzunehmen das ist der Name nicht eingefallen so wer hat das sollte dann nehmen wir haben den Ort gefunden es ist genau wie ihr gesagt hattet ich schätze er wird sich selbst darum kümmern wollen und das schnell am besten sagen wir den anderen nichts eine sehr weise Entscheidung offen gestanden ich bin froh wenn all dies vorüber ist bald mein Freund bald heute werden die letzten dem Feuer übergeben Junge komm her hast du den Brief noch den ich dir gehabt dann geh und überbringe ihn du findest den Empfänger in der Madrasa so dann durchstehen wir diesen Jungen an Januar Aua was Alter ey wollt ihr mich verarschen ihr scheiß Männer leck mich ernsthaft leck mich nur weil ich mich so behindert hab Psychopath-Schutz und ich gegen euch fliege Alter das ist doch lächerlich das ist echt scheiße so ein Shit und ich dachte man kann sich nur bei Spielen wie Super Meat Boy aufteilen aber scheiße scheiße das ist doch behindert wie lächerlich wie lächerlich ey ehrlich ey ich bin froh ich bin froh mir bleibt auch an Mann einbrasser ihr Schisser Jeder einzelne von euch muss jetzt doppelt neiden, Alter. Oder auch nicht. Jetzt kann ich diesen Scheiß... Noch. Das ist echt erschütten, Mann. Alter, was wollt ihr von mir? Ohne Scheiß jetzt. Alles, was ich mache, ist falsch. Dreck, Alter. So ein Dreck. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch gar nicht. Alter. Lass mich mal vor, Alter. Gehst du los. Alter, wie es mir auf den Sack geht, langsam, ehrlich. Das ist doch gar nicht. Können die Wachlosen gestört sein. Und langsam sind die echt übertrieben. Alles, was ich mache, ist verboten und ich kann nicht mal auf so einem Pfeiler stehen, ey. Oder was auch immer das gerade war. Das kostet dich den Kopf! Mein Gott, wie es neigt. So, jetzt funktioniert es wieder. Bleib dran!